Ja, und damit, äh, ja, auch willkommen zurück auf YouTube bei einer neuen, äh, Folge. Wie du siehst, wir, ja, sind immer noch im Live-Display, oder beziehungsweise, ja, siehst du mich, siehst du mich jetzt nicht mehr, sondern, äh, Hallo. So, ich hoffe, dass mit der Quali, können wir ja mal schreiben, ob es jetzt mit der Quali viel, viel besser ist. Alter, ist das laut. Bam. So. Quali ist jetzt der Hammer. Ja, so sollte es sein. So soll es auch bei der Playstation sein. Bam. So. Weil dafür habe ich ja einen 10er Upload. Und jetzt, bam, in die Fresse. Oh, bam. Ich weiß nicht, ich hoffe, man hört mich noch. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Das müsst ihr mir mal sagen, weil ich hoffe, das Spiel ist unheimlich laut gerade. Komm da runter, du ekliges Mistvieh. Habe ich dir erlaubt, an der Wand hochzuklettern, oder was? So. Mann, du möchtest gern Ganove. Hör auf damit, habe ich dir gesagt. Gibt es einen in die Schlauze hier. Alter, dieses Spiel. Das ist so geil. So, wo gibt es denn hier noch einen Lady? Einmal und zweimal. Ja, Quali ist jetzt super. Ja, das ist mega. Aber wie gesagt, so sollte es eigentlich auch sein. Uah. Vor allem auch bei schnellen Bewegungen. Ich könnte nicht sterben. So, verdammt nochmal, habe ich dir gesagt. Aua, lass das. Hör auf, Alter. Hör auf damit, habe ich dir gesagt. War es das jetzt? Ist jetzt mal Ruhe hier im Karton? Ach, da hinten läuft mal jemand. Alter Spiel. Meine Güte. Huah. Stück leiser. Das Spiel ist fast lauter wie du. Echt? Okay, pass auf. Dann machen wir das nochmal eben in den Einstellungen. Boah, das ist aber auch Gesamtlautstärke. Pass auf, ich mache die Gesamtlautstärke mal runter. Ich mache die mal so auf... Also, ich mache die mal so auf 65. Und dann gucken wir mal, wie es ist. Na. So. Plätze ist jetzt besser. Hu. So. Ähm. Ja, wie gesagt, freut mich. Wenn das jetzt alles einigermaßen läuft. Bei mir irgendwie hängt der Stream. Ich kann den irgendwie hier nicht starten. Also bei mir zumindest zum Laufen zu bringen. So. Ähm. Was wollte ich denn? Ich wollte jetzt, äh... B-b-b-b-bom. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir wieder nach... Ne, warte mal. Ach, da unten, ne? Wenig Munition. Gibt es ja noch Munition irgendwo? Hu. Ich glaube nicht, ne? Oder? So. Äh. La 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 la. La 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 la. Gut, natürlich. Die Zuschauer werden natürlich jetzt wegbleiben. Ist klar. Weil es nicht mehr von live von der Playstation ist, sondern nur über Twitch. Aber nun gut. Wer zuschaut, der schaut zu. Wer nicht, der nicht. Der bleibt halt weg. Ist halt zu. Ist ja keine Pflicht zuzuschauen, ne? So. Darkplanton, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zu dem Live Let's Play. Ich freue mich sehr. Und auch für dich. Wie gesagt. Für dich auf YouTube. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen in Folge... Vielleicht ist es Folge 3 schon. Ich weiß es gar nicht. Oder haben wir noch 2? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube die erste Folge gegen 3.30 Minuten. Kann sein, dass es Folge 2 ist. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal ein Stück auf. So, gibt es hier... Hier gibt es Leben. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist... Ah, guck mal an. So, dann nehmen wir jetzt natürlich die aufgeladenen Salven. Halte die Waffenmod L2 gedrückt. Um eine Salve mit drei Geschossen mit minimaler Streuung aufzuladen. Ja, das machen wir. So. Zack, zack. Zugang gesperrt. Da brauchen wir wahrscheinlich eine rote Schlüssel. Äh, was? Vollständige Modifizierung. Wenn du zwei Mods für eine Waffe hast, kannst du mit DigiPad nach oben inzwischen hin wechseln. Ah, wie geil. Cool. So, ähm... Na. Hallo. Hallo. Hö, älter. Will er mich verarschen? Ich glaub's ja wohl. So. Hallo, Jungs. Bam. Erstmal mit der eigenen Hand ins Gesicht schlagen. Ich glaub, wir müssen hier runter, ne? Kann das... Ja, ich glaube... Hier bin ich richtig. Stimmt, wir haben ja jetzt die Schlüsselkarte. Waren wir hier schon gewählt? Ah, hier haben wir die Kettensäge gefunden. Ne, wie komm ich denn nach oben? Ach, halt doch den Bubble. Ja, ich will weiter nach oben. Du hast es erfasst. Ich würde gerne... Wie komm ich denn... Wie komm ich denn auf diese Kante? Gibt's da... Komme ich da irgendwie rauf? Ich probier mal eben was. So, warte. Ähm... Da oben kann man... Ne, ich kann doch nicht auf den Fahrstuhl springen, oder? Uah. Die fahren eh nur da unten. Aber wie kommt man denn da oben hin? Frage ich mich gerade. Naja, wie dem auch sei. Lass uns mal weitergehen. Bevor wir hier noch Stunden verbringen in dem Level. Oder in dem Bereich. So. Ja, mein Gott. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Hab ich das schon erwähnt? So. Ja. Mach doch die Tür offen. Oh. Kann er... Kann er nicht einfach... Ja, ist doch gut. Kannst du nicht einfach mal den Bubble halten? Eine neue Waffe. Sehr schön. Boah, Alter, aber wie die Quali jetzt? Was für ein Unterschied das ist, ne? Das ist so mega. Aber so sollte Stream by Live von der Playstation sein eigentlich. Wenn du eine gute Verbindung hast. Deswegen bin ich ja echt am überlegen, ob ich nicht komplett auf Twitch wechsle. Mit der Elgato halt. Nur halt mit der Kamera muss ich dann halt gucken. So, Waffenrad R1. Ah, hier können wir wechseln. Ah, sehr schön. So. Schrotflind dauer. Was sagt die Kettensiegel? Jawoll. Achso, Tür aufmachen. Hallo, Jungs. Jetzt geht aber hier wieder zur Sache. Alter Schwede. Da war jetzt gerade wieder viel zu lange ruhig. Bleib steh. Da war. Da war. Ja, Bäm. Ihr Berserker. Alter, jetzt geht's auf die Fresse. Hallo. Hallo. Okay, dann nicht. Dann kriegt er auf die Fresse. So, wer ist der nächste Kandidat? Alter, dieses Spiel. Hallo, bleib stehen. Du kriegst auf die Fresse. Bäm. Ich sollte vielleicht mal das Zielen üben. So. Erinnere mich ein bisschen an Mortal Kombat, muss ich sagen. Finish him. So. Der ist auch durch, der Kollege. Wo haben wir noch einen? Boah, diese Musik, ne? Lass das. Lass das, hab ich dir gesagt. Erstmal aus dem Bild treten, dann ist alles wieder gut. Wer schießt denn da? Hallo, lass das doch mal. Hab deine Mama dir nicht beten beigebracht? Wo ist er denn jetzt? Hey, war doch gerade einer. Ach da. Bin so blind. Hör auf, hab ich dir gesagt. Und renn nicht weg von mir. Krieg dich sowieso. Nein, du sollst da runter gehen. Dödödödödödödödödödödödödödöd. Dödödödödödödödödödödödödö. Quali am Handy ist gerade Bombe. Ja, ich sag ja, also über die Egato, also da hab ich keine Pro... Was? Da hab ich keine Probleme mit. Also wie gesagt, das ist, äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt gerade. Also ist schon Na Gut, wie gesagt, die Zuschauerzahlen bleiben mir dann Jetzt halt weg, wo die anderen dann halt jetzt da Keine Ahnung, 1000 Leute oder was kriegen oder haben Oder wie auch immer Weil sie halt über der Playstation zu streamen schaffen Weil sie eine bessere Leitung haben Aber ich hab ne Top-Leitung, man sieht's ja, es funktioniert über der Elgato Also kann's ja eigentlich an meinem Internet nicht liegen Sondern eben an der Playstation Na, komischerweise geht's ja hier Deswegen versteh ich's nicht Bam, in die Fresse So So Ähm So Das war's, glaub ich, ne? Ich glaub, wir müssen jetzt hier lang Dann sind wir auch schon fast da, wo ich eigentlich Privathien gespielt habe Weil ich hab hier so ein bisschen so, wie gesagt, reingespielt Das heißt, ein paar Sachen kenn ich noch So Yeah, 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 yeah So, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer Falls ihr gerade eingeschaltet habt Wie gesagt, ich streame nicht über die Playstation Weil ich da ne schlechte Quali habe Sondern Über die Elgato Klatsch Der sah ein bisschen aus wie dieser Alex von Alien Isolation, der Typ hier Ich hab nie meinen eigenen Stream gesehen Der weiß ich nicht, wie meine Quali immer war Also gestern war ich Bombe bei dir Also gestern Dann bekommst du, was du brauchst Ich muss sagen Ich muss ganz ehrlich sagen Bei Bei dir war es eigentlich immer Eigentlich immer relativ gut Auch was Dirt anging Hier Dirt hatte ich ja geguckt bei dir gehabt Und so Und auch jetzt letztens Uncharted Das war schon geil Also Quali War schon mega bei dir Wo gehe ich jetzt auch richtig? Weiß ich gar nicht Ich glaube ich wechsle mal Na, wer will noch mal Wer hat noch nicht? Na ihr? Alter Alter, ist das mies So, und jetzt seht ihr das mal Auch in guter Quali Wie das aussieht mit der Kettensäge Dann wisst ihr mal Gerade bei der schlechten Quali Konnte man das ja wahrscheinlich nicht gut erkennen Will ich nur mit Munition rum? Komm her Alter, das ist so mies Das ist so mies Muss man den Titel ändern Da steht Das ist ein Cruise Piece Echt? Warte mal Ich schau mal eben Stimmt, Tatsache Äh, warte Warte, warte, warte Du So, jetzt aber So, jetzt hab ich's gespeichert Das muss da eigentlich theoretischerweise Ja, speichern doch Ja So Jetzt hat das gespeichert Ähm Danke dir Jerome So, dann gucken wir mal Wo wir ja Wo muss ich denn jetzt Ich glaube ich muss da hin Irgendwo hin, war das? Musste ich jetzt nicht wieder zurück Oder so? Ich habe auf jeden Fall Die gelbe Schlüsselkarte Ich glaube wir müssen da hoch Ich glaube wir müssen da hoch Ich meine da war irgendwas gewesen Ja 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 Wie kam ich denn da jetzt nochmal hoch? Verdammt Ach hierüber war das Genau So Hallo Daria Ich grüße dich Willkommen zu Let's Play Live Show Und willkommen Bam Bam in die Fresse Was, bei mir war gestern Bombe Du verwechselst mich gerade Achso Ja, weil, weil Achso Ne, weil, weil, weil Weil der Sven Der Villager-Jungen Der auch immer den blauen Namen hat Im Stream Und jetzt hast du den Ach, Dark Planton Achso Okay Entschuldige bitte Dann habe ich dich jetzt gerade verwechselt Es tut mir leid So Ähm Der Kevin Ja genau Ich bin Kevin jetzt gerade mit dem Sven Verwechseln Ja, so, so bin ich halt Ich bin voll Ich bin voll Alter Ich bin voll durch Bam Lass das Lass das Lass das Lass das Hallo, hör auf damit So Was wollte ich gesagt haben Ähm Möhm 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 Neu Spiel Ja, Doom Ja, jetzt steht es Jetzt steht es da auch Wo müssen wir Ja, ja, hier müssen wir hin Na So Wie die mal ne Demo feiern Wenn die mal Anfangen zu brüllen Ist doch gut Jetzt lass das doch mal sein Mann Der ne Mama nicht mal Beben Eingebracht Achso, im Übrigen Für die Leute, die auf YouTube auch vorbeischauen Und mir auf dem Channel Es geht weiter mit Far Cry Ich hab heute wieder 5 Folgen aufgenommen Also Falls ihr Uah Falls ihr da Lust habt Wieder vorbeizuschauen Es läuft wieder 5 Folgen jetzt erstmal Am Stück mal wieder Und dann muss ich gucken Dass ich demnächst wieder weiter aufnehme Jetzt nehmen wir ja auch für YouTube Auch für Doom Uah Alter, uah Bam Da war doch nur einer, oder? Warte Nochmal in den Hintern getreten So Ähm Munition könnte ich jetzt gut gebrauchen Für die Ach, für die Flinte habe ich Ach, guck an Hm So Was würde passieren Wenn ich jetzt gleichzeitig Live von der Playstation machen würde Würde gar nicht funktionieren Weil ich aber meinen Channel streame Und Da würde mir anzeigen Ja Ist schon besetzt oder so Würde gar nicht funktionieren Deswegen Das würde gar nicht Das würde gar nicht gehen Weil dann würde irgendwie Ich könnte mich da gar nicht einloggen Weil ich ja über der Elgato Mich jetzt eingeloggt habe In seinem eigenen Channel Deswegen So Hallo mein Freund Ciao Ähm Oh, guck mal Die feiern schon wieder eine Demo Yeah Die Dämonen feiern eine Demo Was ist er denn? Ach, er wieder mit seinem Alter Der mit seinem Schild ist so mies Das Spiel fordert mich jetzt gerade ein wenig Wegen dem sein Schild Warte mal Machen wir das anders Guck mal hier Ach, ich habe keine Oh Mist Ich habe keinen Mist Ich habe keinen Benzin mehr Willst du mich verarschen? Der macht mich gleich platt Wenn es so weitergeht Alter Schwede Und über Ustream oder YouTube Äh, ja YouTube Weiß ich nicht Muss ich mal gucken Habe ich eigentlich nicht vorzustremen Weil ich eigentlich so Twitch So die Plattform ist Wo ich gesagt habe Da bleibe ich Und YouTube nur für Let's Plays und Videos Ähm Ähm Öhm Vielen Dank.